Ich glaube immer, es ist gut, wenn man sich selbst treu bleibt und natürlich ist im Leben begegnet man vielen Männern oder vielen Menschen, die einen inspirieren und Jupp Heinkes ist mit Sicherheit einer, der das auch getan hat. Wir haben eine Zeit zusammen gearbeitet, auch hier in München, er war mein Trainer, aber wir haben auch immer wieder Kontakt gehabt, auch nach meiner Karriere oder dann auch als ich beim DFB gearbeitet habe, deswegen ist es einfach auch schön, dass wir da in Kontakt geblieben sind und die Art und Weise, wie er auch immer wieder einem begegnet ist, ist einfach auch vorbildlich. Und die Vergleiche, ja, ich muss wirklich sagen, ich möchte mir Jupp Heinkes vergleichen, weil er ist auf einem ganz anderen Level, weil er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer. Ich bin jetzt, wenn man das so will, ich weiß auch nicht wie viele Monate, seit November hier in dem Amt als Cheftrainer, klar war ich zuvor auch in Trainertätigkeiten, aber das ist ein ganz großer Unterschied. Und deswegen hat er über Jahre hinweg einfach auch erfolgreich gearbeitet und hat auch mit Sicherheit Höhen und Tiefen meistern müssen, genauso wie ich das wahrscheinlich tun muss. Und deswegen ist es, ja, man liest es gerne, aber es hat für mich jetzt keine große Tragweite. Ich glaube, dass alles mitentscheidend ist und die Ansprache vom Spiel, aber auch in der Halbzeit einfach nochmal auf Dinge gezielt nochmal darauf hinzuweisen. Und ja, man bekommt natürlich auch vieles mit, was auf dem Platz so auch geredet wird. Und das finde ich auch ganz gut, weil das auch wichtig ist, dass man einfach auch mitbekommt, okay, wie coaches die Mannschaft gegenseitig auch auf dem Feld, auf dem Platz. Und da, das gefällt mir schon ganz gut. Also von daher ist das jetzt, ich sage mal, die Spiele ohne Zuschauer. Ja, man gewöhnt sich relativ schnell an die Dinge, ich sage mal, an die Voraussetzungen. Klar ist es auch, dass die Emotionen fehlen, aber da können wir nicht jedes Mal darüber diskutieren. Wir müssen einfach so damit leben und ja, ansonsten finde ich schon, dass man mittlerweile da ganz gut zurechtkommt. Also ich, für mich jetzt das erste Mal die Bundesliga aktuell das Entscheidende. Also da ist mein Fokus und das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt und alles, was dann, ich sage mal, nach dem 27. Juni kommt. Das ist bei mir noch gar nicht drin, klar. Wenn wir uns qualifizieren würden fürs Finale, dann wäre es bis dahin. Und ich glaube, alle die Spekulationen, die jetzt gerade so zu lesen sind, zu hören sind, wann beginnen die Champions League? Ich glaube, das Final ist es noch gar nicht. Das ist irgendwann Mitte Juni, wo das entschieden wird, glaube ich. Und bis dahin muss ich mich damit nicht beschäftigen. Ich habe mit Mario immer einen guten Kontakt gehabt und ich kann da schwer auch jetzt sagen, wie seine Entwicklung da jetzt auch in Dortmund war. Er ist ein begnadeter Fußballer und ich wünsche ihm einfach, dass er die Zeit, die er jetzt noch hat, wenn er dem Ball hinterherläuft, einfach auch wieder an sein Leistungsniveau rankommt. Und das wünsche ich ihm, dass er erfolgreich dann auch noch die letzten Jahre, die er zur Verfügung hat, einfach auch noch spielen kann. Und vor allen Dingen verletzungsfrei, weil ich glaube, er war auch das ein oder andere Mal verletzt. Und deswegen wünsche ich ihm, dass er da, wie allen Spielern, auch anderen Spielern, dass sie verletzungsfrei sind. Also wir haben unser Spiel zu Hause jetzt gewonnen. Ich gehe einfach mal da auch positiv an die Sache heran. Und wir wollen natürlich das Spiel gegen Düsseldorf, auch wenn es ein schweres Spiel wird, darf ich da auch nochmal betonen, wollen wir natürlich auch gewinnen. Und ja, wir wollen einfach die drei Punkte, die Big Points, die wir jetzt gemacht haben, einfach nochmal damit verstärken mit dem Sieg gegen Düsseldorf.